Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Vision Jade. Wir sollen zurück nach Tulung und mit Musa sprechen. Das bedeutet, wir sollen wieder ganz zurück dort, wo wir unser Abenteuer gestartet haben. Hier in der sagenumwobenen E-Monsterwelt. Es gibt so einige Dinge, die möchte ich jetzt gerne tun, während wir hier durch die Weltgeschichte streifen. Und eine Sache wäre, einen Sperr zu finden, damit wir unter Umständen unser Skirpel entwickeln können. Ich weiß, irgendwo konnte man Sperre kaufen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Darum müssen wir uns das einmal genauer angucken und hier ein bisschen durch die Gegend laufen. Aber irgendwo wird sich schon ein Sperr auftreiben lassen, da bin ich ziemlich sicher. Ich sollte Nigeria austauschen. Nigeria hat jetzt nicht die sagenumwobene Kampfkraft, die ich hier brauche, um die Gegner schnell wegzuroppen. Das heißt, da sollte ich schnell wechseln. Ansonsten zieht sich das alles nur noch länger. Ich habe auch nebenbei keine Ahnung, was jetzt der beste Weg ist, um nach Tulung zurückzukehren. Das scheint mir immer noch ein sehr langer Weg zu sein. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und hier war nichts, verdammt. Ich wollte zum Baum hier im Wald hier, in dem, in dem, äh, wie heißen die nochmal? Äh, Antennenbaum, Antennenbaum, ja, Antennenbaum, ich wollte zum Antennenbaum hier im Wald. Da war ja einer. Da, 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 da. Ja, wo gab es den Sperr? Ich versuche mich ja daran zu erinnern. Ich meine, den gab es beim T-Schimmelpilz-Turnier. Das ist ja auch nahe der Wüstenstadt. Der Wüstenstadt, ja, der, ne, ne, der Wüstenstadt. Also, ihr versteht schon, der Wüstenstadt. Der Wüsten, Wüstenstadt. Vielleicht wird diese Episode eher daran sich orientieren, dass wir uns für das, was noch kommt, stärken. Dann, das könnte ich mir vorstellen. Dann sind wir für den Rest des Spiels gut vorbereitet. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass hier nicht mehr viel kommt. Aber wer weiß, ich habe das schon häufiger gesagt und es geht einfach immer länger. Hallo Beck, wenn im Verwirrungswald den Weg verloren hat, soll man sich mit Kraft die Reihe nach Westen, Süden, Norden drehen. Man mit Tempo soll sich Süden, Westen, Norden drehen. Du sagst zu mir, ja, Verwirrungswald. Das ist nämlich auch mal eine tolle Bezeichnung. Eine sehr tolle Bezeichnung für die verlorenen Wälder. Der Verwirrungswald. Der Verwirrungswald. Ja, das scheint ja dann das neueste Gebiet zu sein, wo wir hin müssen. Der Verwirrungswald. Der berühmt-berüchtigte Verwirrungswald. Oh weia. Oh weia, oh weia. Der macht sogar weniger Schaden, weil Schaden gegen Dummies ist, klar. Zack, zack. Ach, komm, einen noch. Ich könnte am besten vielleicht Rasen vorschicken. Rasen ist auch häufig dran. Das ist vielleicht doch besser. Dann muss ich gleich nochmal wechseln. Und zwar nach diesem Kampf. Er ist umgehauen. Tschüss und bye bye. Und boah, Geld und Erfahrung. Toll. Falsche Taste. Also, Phone. Und wo ist Rasen? Rasen, 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 Rasen. Rasen. Erzähl mir mehr vom Verwirrungswald. Beg, suchst du jemanden? Okay, schau. Toll. Toll, toll, toll. Suchst du jemanden? Nicht Milchschüss. Ah, Leute. Die E-Monster. Die E-Monster. Ach. Lass mich doch einfach weglaufen. Ist doch egal, wer kommt hier. Wobei eigentlich nicht. Das dauert auch nur lange. Geht das nicht eis schneller? Das wäre schön, wenn es einfach schneller gehen würde. Das ist auch Schaden gegen Dummies? Was? Ach, das ist jetzt ein anderer. Der ist ja vom Typ Land. Ja, ja, ja. So eine Typenvielfalt in diesem Wald. Dabei gibt es spezifisch den Typ Wald. Und dann sind hier auch Landmonster. Baba Luna. Nee, jetzt sind wir bei Baba Luna Lake. Wer bist du? Hier ist der größte See. Doch, den handeln wir schon mal. War hier nicht auch ein Shop? War hier nicht auch ein Shop? Und hier war das Institut. Genau, das teleportiert uns dahin. Ah, verdammt. Vom Baba Luna Lake geht es zur Höllendimension. Und von da geht es dann... Wo nochmal hin? Geht es von da nicht wieder in die Bergregion? Aber ich weiß es nicht mehr. Doch, ich... Oder warte, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt zur Höllendimension da kommen, dann hat uns das wieder zurück nach Alice gebracht, glaube ich. Und nicht zur Bergregion. Ah, ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Jetzt sind wir... Genau, Bansis Village. Da war der Dimensa. Genau. Dann geht es hier hoch. Und dann landen wir wieder in Alice. Jawohl. Haha. Und hier gab es einen Laden, oder? Oder auch nicht. Das habe ich letztes Mal schon gedacht, dass es hier einen Laden gab. Aber hier vielleicht. Hier vielleicht bei den Antennenbaumtypen. Vielleicht der Laden hat der einen Speer. Nee, der habe ich auch schon geguckt. Verdammt. Nee, nee, nee. Das habe ich alle schon geguckt. Ah. Das habe ich doch alle schon mal geguckt. Was war hier oben? Besser doppelchecken, als was zu verpassen. Hier gab es eine Lasergun. Ach komm, wir haben das Geld. Kaufen nochmal von allem Scheiße etwas. Ja, rück raus. Was hat hier für so viel Geld gekostet? Was ist der Roller? Der Roller kostet viel. Auch wenn es eigentlich ein Tennisschläger ist. Der Wrecket. Ach, wer ist das? Banda. Der ruft häufiger an, oder? Unter der Weichkastanie. Plötzlich? Was? Hat man als Kind schon gelernt? Vergessen. Wenn nicht, dann gibt es Probleme. Jetzt droht der mir. Jetzt droht der Banda mir. Ich habe ihn verärgert. Oh, oh, oh. Nicht gut, nicht gut. Nein, 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 nein. Oh, weia. Was habe ich mir da bloß wieder aufgeschwatzt? Kelina. Kelina. Was war jetzt nochmal Kelina? Ach ja, das war das mit der Pharmazeugfirma. Warum habt ihr denn hier kein... Jeder hat einen Speer gefühlt, aber nicht der Laden, wo ich gerade bin. Oh, konnte ich hier nicht... Nee, oder? Karte? Nee, das ist ja auch wieder am völlig anderen Ende. Ah, verdammt. Vielleicht kriegen wir doch keinen Speer. Wir können ja auch erstmal mit Musa reden. Ich weiß ja nicht, wo der uns doch hinschickt. Sag mir was über magische Monster. Beck, du hast mir viel geholfen. Danke. Was willst du mir erzählen? Ich sage dir... Ich sage dir was über magische Monster. Magische Monster sind als erste Monster geboren. Sie schützen die Monsterwelt. Böse Monster sind doch von magischen Monstern gesperrt. Als Menschheit in Monsterwelt gekommen ist, schlafen magische Monster ein. Wach sie auf. Ganz einfach. Bevor eingeschlafen haben sie mir so gesagt. Oh, Flashback, Leute. Was sagten sie? Musa als eine neue Nation der Menschheit ist hier eingedrungen. Es war die Feuernation, Leute. Und dann kam die Feuernation. Alles gut in e-Monsterwelt. Und dann kam die Feuernation. Nee, 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 nee. Unfassbar. Die Welt hat eine neue Zeit nach dem Aggression der Menschheit. So habe ich beschlossen, hier bei Kaktus zu schlafen. Es ist am Ende nicht der Baum des Lebens, es ist der Kaktus des Lebens. Wow. Hier bei Kaktus zu schlafen. Schön. Magische Monster sind wegen uns verschwunden. Nicht so ganz. Aber die Vorhersage ist zur Tatsache geworden. Musa, wissen Sie was über Sanarba? Sanarba ist ungewöhnlich geworden. Man hat Sanarba manipuliert? Das habe ich nie gesagt. Aber wenn du es so interpretieren willst, sehr gerne. Kannst du, Beck, dorthin zum magischen Monster gehen? Oh, kann ich alles tun? Okay, nimm das mit. Na los. D-Schuss gekriegt. Ah. Nee, D-Schuss nur kriegt. D-Schuss kriegt. Monster schlafen neben Bebli. Durch Ikuzos. Oh nein. Es dreht alles sich um diese Ikuzos. Ikuzos. Und in Kagutels. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Bebliberg. Ach. Na schön. Die schicken uns aber auch wieder hin und her. Von Hotten nach Totten. Meine Güte. Ja, ich hätte auch einfach surfen können, ne? Egal. Wir haben einen neuen D-Schuss gekriegt. Nein, hier. Das ist müh. Das andere. Ja, hat eine andere Farbe. Sehr schön. Hatten wir auch lange nicht mehr. Jetzt haben wir wieder bessere Zeiten für unsere Monster. Sehr schön. Cool. Ich habe mich schon gefragt. Wir haben zwei eigentlich relativ schnell hintereinander bekommen. Aber danach war erstmal Funkstille. So, jetzt aber trotzdem. Ich will meinen Speer finden. Zur Not muss ich noch einmal hier durchsurfen. Ich weiß auch, wo wir hin müssen. Ich weiß auch, wo wir hin müssen. Da die eine Stelle am Bebliberg, die uns verwehrt war. Durch so ein komisches Pumika-Dingens. Das sollte jetzt frei sein. Das sollte jetzt frei sein, dass wir da weiter können. Ja, 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 ja. Ein Ottifant. Ist ja alles klar. Wir haben, glaube ich, dezent bessere Zeiten. Sollte so sein. Zack, Schlitz. One-Shot. Wunderbar. Danke, danke, danke. Und hier runter. Und da lang. Und da hoch. So, das bringt uns jetzt zum T-Schimmelpilz-Turnier. Genau, M-City. Den Anruf haben wir dezent verpasst. Hier ist kein Speer. Ist vielleicht hier ein Speer? Nein, hier sind Säbel und irgendwelche Pistolen. Was war hier? Auch kein Speer. Verdammt. Den konnte man doch irgendwo kaufen. Vielleicht hier unten. Hier unten bin ich eventuell nicht hingegangen. Nee. Verdammt. Verdammt. Gehen wir nochmal zu den Schlangen und Vögeln. Aber da war ich auch schon. Da war ich auch schon. Nein. Ach, verdammt. Blöde Türen. Dass man nicht unten rauskommt, wenn man hochgeht. Hier gab es Äxte. Ja, genau. Da habe ich was von Castlevania erzählt. Das ist einfach nur ein Haus. Aber ich muss irgendeinen Shop übersehen haben. Bin mir so sicher. Irgendwo konnte man Sperre kaufen. Oder bei Thulung doch auch nicht, oder? Nee, Thulung kann auch nicht sein. Hm. Hm, 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 hm. Ach, komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Zur Not muss ich mal schauen, wo wir einen Speer herbekommen. Aber den hätte ich jetzt schon gerne schnell gefunden. Ich laufe noch ein bisschen durch die Gegend. Aber wenn ich da nichts finde, gehe ich einfach weiter. Aber irgendwo war er. Ich kann mich doch noch daran erinnern, dass ich einen gekauft habe irgendwo. Jetzt sind wir wieder bei Liz Island. Ach, ist doch alles doof. Oh, Mann. Nee, ist auch nur ein leeres Haus. Hier war auch kein Shop. Das waren auch keine Shops. Mann, wo war denn der... Der Shop für die... Für die Lanzen. Das war aber nicht beim Babelberg hier, oder? Das waren jetzt... Das war die Wüstestadt. Das war das Schimmelpilz. Schimmelpilz, da waren wir, da waren wir. Da waren wir auch. Was ist das denn hier eigentlich? Ach nee, das ist Talibada. Alice, ja, hm. Hm, 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 hm. Nee, dann... Müssen wir... Wieder zurück. Dann müssen wir wieder zurück. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mir so sicher, dass ich irgendwo mal Speere gekauft habe. Das kann ja auch nicht sein, dass es die nur in Kisten gibt. Dann kann man die ja an irgendwelche Monster einfach geben und hat es sich verspielt. Was auch sein könnte, was ich nicht überprüft habe, habe ich einfach so ein. Das wäre es jetzt. Mal gucken. Was für alles... Was war das? Eine Säge. Wir haben einen Speer. Aha. Okay, dann müsst ihr... Müsst euch gleich mal schauen. Super, sucht die ganze Zeit einen Speer, den halben Part lang und hat die ganze Zeit einen. Verdammt. Ja, so kann es auch gehen. Ach, komm. Du blüder Vogel, danke. Da muss ich immer an Secret of Mana denken, wenn mir irgendwelche random umherlaufende NPCs den Weg versperren. Ich meine, die gibt es in so ziemlich jedem klassischen RPG, irgendwelche Leute, die dir dann einfach im Weg stehen. Aber am prägnantesten hat sich das bei mir eingebrannt bei Secret of Mana. Als mir da irgendwelche Leute vor die Nase laufen. Keine Ahnung, wieso. Das habe ich auch früher irgendwie gerne gemacht. Dann habe ich so getan, als würde ich wahllos umherlaufen. Hab dann irgendwie... Mein Vater ständig dann immer im Weg. War immer ganz witzig. Was man halt so als, keine Ahnung, drei, vierjähriger so gemacht hat. Fand ich sowieso immer witzig, dass sie einfach planlos da umherstreifen. Ach ja. Was man nicht früher alles witzig fand. Jetzt gehe ich nochmal ganz schnell hier in den Laden. Ich speicher Feuer und dann... Moment, erstmal brauchen wir Skirpe vorne. Erstmal Skirpe und dann probiere ich das mal mit der Entwicklung. Skirpe... Oder Kingpin. Entschuldigung. Kingpin. Entschuldigung. Ja, gibt es einen Kai? Kai-Flaume. Der ist auch so unvollziehbar wie Sanarba. Wer ist Kai? Sagt mir Leute, wer ist Kai? Wer ist der ominöse Kai? So, kann ich das jetzt hier machen? Das klingt doch gar nicht so schlecht. Nein, das war das mit der DNA. Okay, falscher Laden. Muss ich mir einen anderen suchen. Also, gehen wir einmal auf die andere Seite. Das wird schon einer sein, wo man das machen kann, was ich machen will. Ich brauche Umwandlungsevolution. Genau, genau, genau. So, jetzt brauchen wir hier Speer. Gucken wir mal, ob das so klappt oder... Ob ich da was anderes machen muss? Ja! Kingpin hat sich umgebaut. Der sieht auch mal krass aus, irgendwie. Wobei... Naja. Und Evolution erreicht. Zum... Ich habe gerade Spinat gelesen. Zum Spinat geworden. Krass. Richtig episch, Leute. Sieht aber auch noch genauso aus wie vorher. Naja, die ganze Entwicklungsreihe wird die gleichen... Overworld Sprites verwenden. So, hat er jetzt noch irgendwas Cooles hier? Ja, die Werte. Sieht immer noch gleich aus. Jetzt hat er Spiral. Spiral statt Increase. Jetzt ist er auch ein Megmon. Megmonisek. Wer kennt den noch? Aus DuckTales. Gegenspieler von Dagobert. Ja, okay. So, jetzt würde ich noch gerne eben ein paar Erfahrungspunkte verteilen. Nein, möchte ich nochmal speichern. Ah, meine drei Stars. Nigera, Rasen und hier... äh... Skirpe, Spinat. Ja, das ist gut. Ähm, ja. P-Cards waren da eigentlich immer gut. Geben wir mal unseren Monstern ein paar Erfahrungspunkte. Ich möchte, dass die alle so Level 60 sind. Das klingt... gar nicht schlecht. Ich habe immer das Gefühl, wir hinken etwas hinterher. Der letzte Boss hat uns ja auch... hat uns ja auch... ordentlich zugesetzt. Ach, das geht gar nicht weiter als 999. Ah, muss ich schnell einen Kampf machen. Kampf, 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 Kampf. Danke. Ja, das passt schon so. Ich brauche keine anderen. Das kann ich ja auch machen. Das vergesse ich auch immer. Ach, komm, musst du jetzt fliegen. Dann machen wir... Ach, jetzt hat auch W-Missile statt. Titel. Jetzt hat er W-Missile. Ob er auch den Typen verändert hat? Ich bezweifle es. Seine Verteidigung hat er nach wie vor. Das ist gut. Und jetzt W-Missile. Extremer Schaden. 105, ja, das geht. Das geht so. 26, aber Level Up auf Level 58. Ah, die brauchen jetzt viel, ja. Die brauchen jetzt viel. Müssen wir mal die Episode darin investieren, unsere Monster zu stärken. Muss auch mal sein. Es ist immer noch ein RPG, Leute. Und da gehört Training auch dazu, würde ich behaupten zumindest. Darum machen wir das einfach so. Dann muss ich zwischendurch noch mal ein paar P-Cards kaufen. Kann ich ja im Laden nebenan tun. Wie viel braucht er eigentlich an Erfahrungspunkten? Mal schauen. Erfahrung. Freundschaft ist auch ganz oben. Ja, der braucht schon fast die 999. Der braucht sie schon fast. Ob 999 auch das Maximale ist, was man in Erfahrung brauchen kann, darf? Nein. Ja, okay. Spiral. Ach, er bohrt einfach mit seinem Schweif da. 118. Wow. Er war schon gegen Profis. Okay. Verstanden. Jetzt hat er schon über 100 Fend. Geil. Was ist das eigentlich? Das ist die Mischung, oder? Peng, peng. Vor allem, warum hatte ich das nicht? Baue sich um. Ja, und noch eine. Ich weiß auch nicht, welche Items da besser sind, um Erfahrungspunkte zu verteilen. Oder ob P-Card schon das Nonplusultra ist. Aber ich meine, da gibt es noch andere Items. Da habe ich, glaube ich, so etwas Ähnliches gelesen. Zum Beispiel... Ich glaube, er, den wir jetzt hier so haben, der Skirpe, der braucht sogar Antenne. Ansonsten sagen ein Monster ja auch teilweise, die einen anrufen, dass Monster XY mag, keine Ahnung, Mischung. Und dann, wenn er das hat, steigt er Erfahrungswert. Da meine ich, dass man da Monster bestimmte Items auch gibt. Und dann leben kann, damit sie noch mehr Erfahrungspunkte erhalten. Aber da weiß ich natürlich auch nicht, welches Monster jetzt welches Item braucht. Das weiß ich doch nicht. Ich spiele es immer noch blind. So, zack und weg. Dann hat er schon mal Level 60. Das ist gut. Jawohl. SP ist niedrig. Aber ich weiß auch nicht, was SP ist. SPEZIALPUNKTE. So, dann können wir einmal wechseln. Er hat jetzt Level 60 und... 915. Geht das überhaupt bis Level 99 oder 100? Hm. Wenn 999 Erfahrungspunkt das Maximum ist. Hm. Ich habe was über die Ruine Kagutes gehört. Ach, das ist eine Ruine. Nur ein paar Monster können rein und raus. Oh Gott, jetzt kommt's. Jetzt trainiere ich die extra hier. Und dann darf ich die nicht mitnehmen. Oh oh. Irgendeiner hat auch gesagt, dass Antenne, glaube ich, im Allgemeinen sehr gut ist. Dann probiere ich das einfach mal. Okay, wenigstens 999. Das ist schon ganz okay, so. Kommt ja eigentlich auch noch, wenn ich hier so das Laub wegmache. Das Laub, den Rasen. Nee, ich glaube nicht. Hohes Gras. Die Monster erscheinen nur im hohen Gras. Und ausschließlich da. Shaver. Oh, nicht getroffen. Ich muss auch sagen, das dauert auch relativ lang. Mit dem Trainieren, das hätte ich mir etwas schneller vorgestellt. Aber ich darf ja nicht vergessen, denn das eine Mal, als ich das getan habe, mit Baseria, wenn ich mich recht entsinne, da brauchte Baseria auch pro Level Up nur so um die 300 Erfahrungspunkte. Und wenn ich's dann auf 999 hochpumpe, dann kriegt es auch schon mal zwei Erfahrungspunkte mit einem Kampf. Und so müsste ich das Ganze jetzt fünfmal machen, bis er dann gleich auf Level 60 ist. Das dauert dann schon länger. Von daher würde ich sagen, belassen wir das jetzt gleich auf Level 55. Sollte das jetzt sein? Genau. Und das Gleiche machen wir jetzt noch einmal mit Rasen und dann ist aber gut. Dann ist aber gut. So, Nigera. Jetzt noch einmal Rasen. Der hat Level 52 gerade mal, oder? Ich hab nicht geguckt. Ich hab nicht geguckt. Hallo, Beck. Ist Jorgi, dein Freund? Er hätte Lust an Schraubenschlüssel. Wie viel braucht man denn da? Ich glaube, ihm fehlte ein HP und er wollte nicht zurück. Wow. Ich bin so geschwächt. Ich hab einen Kratzer. Ah. 53. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Wie gesagt, man muss auch mal in sein Monster investieren. Bei Ruine Kargutes schläft ein magisches Monster. Ein cooler Typ. Ach ja. Krasser Dude, Leute. Wer ist das? Tampal. Beck, bist du im Fähr? Führungswald? Im Teich des Waldes leben die Bösen. Spannend. Spannend. Bau sich um. Oh, das gibt gar keine Erfahrungspunkte. What? Was war das denn? Oh, vielleicht, vielleicht, ja. Antenna soll, glaube ich, allgemein sein. Und dann hat Nigeria das eventuell auch gebraucht. Ansonsten könnte es sein, dass da nur die P-Card Erfahrungspunkte gibt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Da muss ich eben schnell welche kaufen. Vor allem einzeln. Ich muss das alles einzeln machen. Eins. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Zwei. Drei. Und jetzt kommt's, Leute. Nach drei kommt... Vier. Und nach vier kommt... Fünf. Und nach fünf kommt... Rede mit der Kassiererin. Sechs. Kann ja auch noch mal schauen. Vielleicht zum nächsten Mal. Ob ich vielleicht noch irgendwelche Entwicklungen für Rasen und Nidera finde. Dass wir wirklich vollkommen gerüstet dann in die Schlacht ziehen können. Na, wo ist es? Da. Auch ganz am Ende. Ja, das ist vollkommen okay. Und dann noch mal. Und dann erst mal wieder einen Kampf machen. Ja, 800 sollte ausreichen. Das sollte genügen. Das gleiche dann noch einmal. Und dann sind wir stark genug, dass ich die Episode beende. Dann gucke ich einfach mal. Dann gucke ich einfach mal. So viel gönne ich mir dann doch. Dann kann ich euch vielleicht noch so ein bisschen was entwicklungstechnisch zeigen. Ist ja auch ganz nett, wenn man dann doch noch so ein bisschen die Mechaniken im Let's Play so zeigt. Anstatt, dass ich das dann heimlich im stillen Kämmerchen mache, wenn das Let's Play schon längst vorüber ist. Es geht ja auch darum, so ein bisschen die Nuancen eines Spiels zu zeigen. Von daher finde ich, ist das ein guter Kompromiss. Ich gucke mir jetzt natürlich nichts an von wegen, wie geht die Story weiter und wo müssen wir hin und was kommt denn dann auch. Das mache ich natürlich nicht. Das wird auch den Sinn und Zweck dieses Let's Plays verfehlen. So, okay. Jetzt noch einer. Das war dann auch die Episode danach. Ja, haben wir uns mal um unsere Monsterchen gekümmert. Um die guten alten Monsterchen. Vor allem der Rasen. So ein süßes Monsterchen. Der ist aber auch einfach gut. Den habe ich wirklich sehr lieb gewonnen. Kann ich nicht oft genug betonen und sagen. Großartiges Monster. Ein cooler Typ. Ach ja. Jawohl, 55. Sieht sehr gut aus. 93 Bold. Nice. Gut, dann war es das erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Vision Jade, dann sehen wir, wie es weiter im Text geht. Ich versuche noch mal ein paar Sachen zu rasen und Migea herauszufinden. Bei Skirpe weiß ich, dass er jetzt die höchste Entwicklungsstufe erreicht hat, weil den habe ich mir mal angeguckt. Aber bei den anderen beiden werde ich mal schauen. Das werdet ihr dann nächstes Mal sehen. Vielleicht kaufe ich dann auch schon mal Offscreen Sachen, wenn ich sie denn finde und weiß, wo es die gibt. Ansonsten, ja, man hört und sieht sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann und a show.